Ihr Zuckerpüppchen, schaut mal, was ich hier habe. Ich habe bei Sophie diesen R-Rap gesehen und ich dachte mir, wir versuchen jetzt damit einfach ein paar Löckchen zu machen. Ich würde sagen, dass wir einfach versuchen, hier vorne so ein Löckchen reinzumachen, damit ich noch mehr aussehe wie ein Engel. Äh, habe ich eigentlich den, ähm, Aufsatz für Kurzehaare oder den für lange Haare? Okay, also erstmal muss man den anmachen. Guck mal, das hört sich an wie mein Staubsauger. Ich muss das ja jetzt hier so dran halten. Hä? Vielleicht so? Hallo? Ah, der war nicht auf ganz stark gestellt. Ich stelle ihn jetzt nochmal ein. Übrigens, äh, macht mal die 600.000 voll, ihr Zuckerpüppchen. So, jetzt setzen wir den hier so an. Okay. Ich lege den jetzt einfach so drunter. Vielleicht funktioniert das so. Ma? Okay, irgendwie funktioniert das nicht. Was mache ich falsch?